Du, Eddy, es gibt Zuschauer, die bewerten das Video nicht. Hä? Das ist nicht dein Ernst? Hä? Was soll das? Aufs Maul! Das kann doch nicht so schwer sein. Daumen hoch oder Daumen runter. Hä? Also, ihr Pflaumen, hoch den Daumen oder runter. Und wenn nicht, dann... Dann klatscht es. Moin Moin und willkommen zurück bei Battlemag. So, drei neue Missionen. Erstschlag, Hauptmission. Wir hätten hier zwei in Linhauiguan. 17 Tage entfernt. Ich würde ganz gerne diesen Auftrag annehmen. Das sollen wir bestören hier. Wie heißt das? Fabriken. Da werden Max produziert. Deswegen gehe ich hier mal ganz stark nach oben. Hat noch ein paar alte Max verkauft. Ein bisschen Equipment verkauft. Das nehmen wir uns jetzt vor. Meine Max werden repariert. Also Max soll es nicht mangeln. Wir haben echt genügend. Aber da liegt es nicht. Ich habe jetzt die ganzen 20, 130 Tonnen verkauft. Du bist repariert. Das ist schön. In vier Tagen ist wieder Finanzbericht. 1,3 haben wir noch übrig. Moral ist gut. Brauchen wir keinen Bonus zahlen. Weiter geht's. Jetzt kommt dieses Strub wieder hier. Und können wir nur beim Andocken. Und ich glaube auch beim Andocken. Ja. Gut. 2, 2, 1. 1, 2, 1. Und wir sind da. Noch nicht. Ich will jetzt mal gucken beim Laden, was es da schon gibt. Armmodifikation. 10 Akkommstärke. Blablabla. Armmodifikation. Ausrüstung. Ausrüstung. Gar nichts. Munition. Überhaupt nichts. Nur Ausrüstung. Würde ich sagen. Kaufen wir. New Equipment. Available. Kaufen wir. Und heute hat der 20 Nachkommstärke. Kaufen wir. New Equipment. Available. Gut. Mal aber dann. Erst. Nächstes Mal werden wir wieder weiter wegfliegen. Umrüsten. Das dauert zu lange sonst. So. Auftrag starten. Wetten dem Panther. Wir bleiben. Nämlich mal bei denen hier. Die haben sich ganz gut gemacht bis jetzt. Auf. Auf. Marsch. Mal gespannt, ob wir auf feindliche Mac Warrior treffen. In der Zeit werde ich noch mal einen Schluck trinken. Ah ja. Hm. Dauernd. Fünf Teile werden uns definitiv garantiert. Beträgt und es ist. Aber ich habe ja nicht auf jeden Fall. Okay Leute. Ich habe ja auch schon. Ja. Was sagen die Scanner über die Fabrik. Bauen sie dort Max. Das sieht mir nach Orient Teilen aus. Moment. Nee. Nur teilweise hochgefahren. Aber in ein paar Tagen wäre das hier wesentlich hässlicher geworden. Na dann Kommander. Sie wissen was zu tun ist. Wenn sie fertig sind. Sie steht Maya bereit. Äh. Steht Maya bereit. Sie in der LZ aufzusammeln. Ready for action. Wo müssen wir denn hin? Eins. Zwei. Und drei. Und die müssen wir zerstören. Okay. Gut. Wir stören sie Verteidiger in der Fabrik. Die hocken also irgendwo da hinten. Gut. Gut. Also Abmarsch. Schön überstecken im Wald. Nächste Runde. Ja doch. Jetzt sind wir wieder dran. Zack. Zack. Aha. Fein Kontakt. Ja. Dann müsst ihr mich ja auch sehen. Ja. Er kommt. Oh. Er bleibt kurz davor stehen. Du. Noch einer. Und noch einer. Okay. Dann würde ich ganz gerne. Mit dem Blackjack in den Wald springen. So. Commander. Locust. Und sehe ich noch nicht. Weiß. Nee. Lasse rankommen. Ah. Ah. Können wir den nächsten entdecken. Was haben wir da? Wie machen der nochmal? 40. 60. Okay. Wir werden mal Entdeckung. Äh. Da ist nicht wirklich. Da ist nicht wirklich. Aha. Wenn man kannst du eventuell. Äh. Äh. Dann gehen wir den ein mit. Aha. Oh ja. Das war heiß. Er hat gesessen. Äh, gut. weniger schaden was nein sie fährt aus noch ein Commander ja nicht in den Wald, nicht in den Wald verdammt ach nö ok 70, 80 70, 80, 70, 35 35 ok dann nehmen wir uns so, wir müssten ne, wir bleiben mal hier wird zurückgefeuert 75, 80 75, 80 ich glaube ich zerlege erst mal den Freund das war ein Volltreffer ich gebe erst mal den da hinten ein bevor die sich auferschanzen können auf dem Treffer 75, 55 auf dem da ein bisschen Glück ist der zweite auch gleich down der laser ist kritisch ja kommst du raus aus deinem Fall? oh bist du blöd das ist ja schon so gut die Person ist unsicher, ok ah, nicht so nah ran wow ja entspannlich zwei verletzte warte mal Multischuss oh, echt jetzt voll, klappt Feuer Treffer oh, du schießt ja gar nicht auf andere du Beschiss 70, 70 oh Junge gesessen der ist Geschichte glaube ich naja, wenn er mal trefft aber ok hat gereicht er ist down ich würde sagen auf ihn da hinten da haben wir mehr Chancen warte mal Multiziel erst auf den ach so geht das ok dann auf den nee 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 das hat ja er fällt aber hin dafür es hat er gar nichts gebracht wieso schießt er nicht auf naja egal ach, schon wieder auf sie ey wird ziemlich lange ausfallen glaube ich gut, dann rauf auf den da ja, mit allen oh oh, wir sind nicht treffen ey nein ich fange ein schöner treffer so gibt hier mal hier nachkampferne mit wow ich werde da richtig reingehauen Okay, erledigt. So, auf den iMac müssen wir wohl ganz schön lange verzichten, genauso auf die Dame, die da verletzt ist. Ah, leichter Schredder-Geschütz-Ton. Euter-Gebäude, 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 ich weiß nicht genau, wo der Bunker ist für die Türme. So, ich verstehe. Mittlere mit Helper, mittleres Jahr. Und schon haben die hier, äh, haben die kein, äh, Gebäude für die, na hier, Schütze. Oh. 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 Oh, fuck. Das sind... Jetzt müssen wir sie alle platt machen. Okay, der ist zerstört. Ja, hat's gereicht? Nee. Also du auch noch. Ja, trifft auch. Gut, dann können wir uns schon mal nicht angreifen. In der nächsten Runde müssten eigentlich dann alles defekt sein hier. Fehlt, aha. Ah, jetzt ist er geschützt. Oh, ein Schlag. Okay, geschafft die Mission. Und... Ich bin gespannt, wie lange die ausfällt. Na ja, wie lange der Mac braucht zur Reparatur. Nicht gerade wenig. Was wird seine Bezahlung... Ah... 60.000, das geht hoch, das geht runter. Unsere Welt hier. Leistungswahl... Oh, Gott. Freistück. 20 Tage. Oh, leck mir am Sack. Hm. Unser Blackjack hat hier mal richtig abgesahnt, ne? Ist ja... Ja. Schade. Commander. 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 Fokust. Mittlerer Laser. Ja, den Rest kriegen wir auch noch. Ach Gott. Hätten wir mal doch ein bisschen mehr Geld nehmen sollen. Ich hätte noch abändern können, da. Da muss ich bei der nächsten Mission drauf achten. Ob man noch spontan abändern kann. Das Neck, du fragst, ist klar für Kampf. Hm. Okay. So, der Commander... ...gut mit Raketen. Ich bin nötig im Rat. Also, die okay, alles klar. Mann, da ist er als S&P-Sund. Können wir nicht verkaufen. Beschrotten. Aber wollen wir... Wir lagern den ein und gucken mal, ob man die verkauft bekommt. So, Mission. Ach nee, da haben wir schon alles weggekauft. Leo. Ah, so oft wie genau. Boah. Buch. Hallo. Oh, Junge. Alter, Hebser. Uh. Na gut, gucke ich mir nachher an. Jetzt repariere ich erst mal die Mechs. Lass die Jungs da und Mädels heilen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und dann gucken wir uns mal hier einen von diesen kleinen Aufträgen an. Mal gucken, welche wir nehmen. So, dann reingehauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.